hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von let's play the legend of zelda mit joas mask los geht's ich habe heute ein bisschen was geplant ich hoffe ich kriegt das halbwegs hin als erstes muss ich raus aber nicht hier raus ich würde sagen ich gerne besten hier raus ich fahre mir 100 robine oh halt dein maul junge was ist mit der blablabla ja ja okay tschüss so ich fahre mir erst mal 100 robine weil ich brauche was mache ich die fahre ich mir im norden ist ja logisch dass ich mir die im norden fange was habe ich denn jetzt gedacht was ist los mit dir also mit dir meine stich mal schnell 100 robine fahren die wir brauchen denn wir wollen ein fass kaufen ein explosives fass ich habe für diese aufnahmesession habe ich mir wieder ein ziel gesteckt ich möchte zwei sachen hauptsächlich erreichen das war ziemlich weit weg aber egal ich will die 20 robine dieser klang einfach nur geil so das machen wir viermal dann haben wir 100 robine gefarmt dann können wir uns dieses blöde fass kaufen so und bam boah das mit den 20 robine das ist mega der gute tipp ey oh 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 komm her die schwelisch haben jetzt habe ich 56 ja es sind halt echt immer 28 robine safe oh ist das gut ey wie schnell du hier geld fahren kannst das ist ja praktisch wir müssen euch tatsächlich äh eine garonen bombe kaufen außerdem ich feiere das gerade so hart das gefällt mir echt gut das gefällt mir echt gut wie schnell man in dem spiel eigentlich geld machen kann also auf die 5000 kommen ist mit dem trick echt leicht wenn ich halt doch krass wäre oh wenn ich mir sicher wäre mit dem trick ne ich versuche es einmal aber ich glaube ich werde es verkacken oh nein es hat geklappt oh ich bin so gut wenn ich den halt konsistent könnte ne alter ey dann würde ich hier die ganze zeit innerhalb kürzester zeit die 5000 robine zusammenfahren für dieses blöde herzteil von der bank äh das wird auch noch ein spaß ein großer toller lustiger spaß weil ich eher ein korone sein muss kann ich auch gleich als korone hier lang laufen so hier gibt es gleich die bomben ne dann müsste er auch den den koronenbomben mann haben ja ei alter oh wer hatte das gedacht du bist ja ein korone boah dann kannst du pulverfässer tragen achso ich hätte nur 50 gebräuert ja lol ja geh mal her dann schmeiße ich den rest in die bank wo ich es kann pulverfässer die mein lehrer hergestellt hat sind äußerst durchschlagskräftig wenn du welche brauchst besuch mich nochmal und die kosten halt einfach in der stadt weniger als bei den überroden alter ey ich würde es genau andersrum machen weil in der stadt hast du eine viel höhere chance dass dir jemand was kauft so digga ich gebe dir 62 urbine was weg ist es weg bam ja das ist eine menge so ciao gut dieses ziel habe ich erreicht ziel nummer zwei für diese aufnahme session ist wahrscheinlich erst genau die andere seite ah sauber bam ja bisschen bisschen aufchillen alles easy irgendwo hier ist was ich suche ich bin mir nicht sicher wo wir müssen hier rein glaube ich wir müssen glaub oh und mir fällt gerade ein das ist genau falsch um scheiße nein ich möchte nicht nein 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 ja wir verlangsamen den lauf der zeit und dann gehen wir in ein gebiet in dem wir noch gar nichts zu suchen haben aber ich will hier eine sache haben boah da hat er mich ja echt fertig gemacht alter was wir müssen drüben Oh, nö. Ich brauche ein Pferd. What? Seriously? Boah, ne, das glaube ich jetzt nicht, dass ich hier ein Pferd brauche. Lol. Niemals. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Oh. Oh, die spawnen wieder. Alles klar. Oh, ne. Ja, ja. Dann können wir ja echt noch nicht weiter. Das ist ja doof. Na, da hat sich ja mein Ziel schon erledigt. Äh. Was will ich machen? Ich möchte gerne links runter. Ja, ja. Viel Erfolg beim Versuch, mich zu töten. Ich töte mal den da, okay? Wenn das recht ist. Und den. Und den. Und sonst keinen mehr. Halt, hier bin ich falsch. Halt, hier bin ich falsch. Easy aufgesteckt und weiter geht's. Denn mit unserer tollen Goron-Bombe können wir etwas erreichen, was ich glaube ich bisher noch nicht geschafft habe. Nämlich Early zur Farm aus der letzten Folge hier herkommen. Äh. Und ihr seht schon, der hat ziemlich Schiss. Was sagt er denn? Warum hab ich mich hier abgerockert Wenn du einfach ne Bombe hinbaust Du Ehrer Terrorist Achtung Easy going Easy 10 Uhr früh und schoss der Wich wieder frei Was sagt er hier Ne egal auf welche Weise Hauptsache er ist weg Süß So Wir sind erneut hier Und jetzt beginnt etwas Was ich als sehr schwer und sehr nervig In Erinnerung habe Aber was ich nicht noch einmal erleben möchte Sieh doch Schon wieder dein Pferd Hatte ich das nicht in der letzten Folge schon gesehen Mein Pferd ist immer noch hier Und im Hintergrund die Wichtige Nämlich Marlon Ne sie heißt ja hier Romani glaube ich ne Hier heißt sie gar nicht Marlon Hier heißt sie Romani Oh ist die süß Renn 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 Guckt euch das mal an Oh Link und Romani Ein Traumpaar Hey wer bist denn du Ich bin Romani Ich trage denselben Namen wie dieser Rennsch Und wie heißt du Ha hu ha Hey Strohi Oh das ist ja ein schöner Name Aber Wie wäre es ohne I Ich meine Gras Ich würde dich gerne so nennen Du trägst grüne Kleider Und trippelst ständig herum Daher passt das Jedenfalls war ich gerade beim Hüben Für heute Nacht Weil heute Nacht Sie kommen heute wieder Sie kommen nachts Jedes Jahr Wenn der Karneval näher rückt Sie kommen in einem hellen leuchtenden Ball Es sind sehr viele Und dann gehen sie auf die Scheune zu Meine Schwester will mir nicht glauben Auch wenn es letztes Jahr passiert ist Und vorletztes Jahr Und vorvorletztes Jahr Ich verstehe es nicht Dass ihr noch nicht aufgefallen ist Dass das komisch ist Naja aber jedenfalls Muss ich die Kühe beschützen Hey Glashüpfer Ich suche einen Assistenten Du hast doch einen Bogen Willst du es nicht versuchen? Ha Okay das nenne ich Kampfgeist Also lass mich hier Meine Strategie erklären Sie erscheinen überall auf der Ranch Dann bewegen sie sich langsam Auf die Scheune zu Du musst sie mit Pfeilen treffen Die sind ganz schön blöd Sie könnten einfach in der Scheune erscheinen Und dann die Kühe direkt mitnehmen Aber so geben sie uns die Chance Sie zu töten Ach was für Idioten Hast du die jedenfalls verstanden? Du darfst dich nicht zu weit Von der Ranch entfernen Komm Grashüpfer Lassen sie üben Hier auf dem Gelände Befinden sich 10 Ballons Du musst sie innerhalb von 2 Minuten zerstören Der Rekord liegt bei einer Minute Bist du bereit? Ja ich muss Jetzt kommt Oh fuck What? Oh Gott oh Gott oh Gott Oh bleib doch langsam Epona Das hier ist nicht einfach Du musst nicht Du musst nicht alles so spielen Netterweise Ist Epona wenigstens nicht so Allzu scheiße Okay Das hat funktioniert Ja Da fehlt mir noch der hier Ach also ob Ja lauf doch Was ist denn los mit dir Du blödes Fähr Hallo Epona Ah ich glaube ich hab verloren Das ist sehr ärgerlich Und warum? Weil Epona einfach stehen bleibt Toll gemacht Epona Okay du hast es geschafft Toll gemacht Epona Einfach stehen bleiben so Nicht übel Ihr zwei seid ein perfektes Team Ich bring dir ein Lied bei Womit du Pferde rufen kannst Ich hoffe ihr beide versteht euch Weiterhin zu prächtig Ihr habt noch Zeit Ein wenig zu üben Angesichts der Tatsache Dass es hier Einen Rekord gibt Gehe ich davon aus Einen Herzteil kriege Wenn ich die eine Minute packe Weil Epona nicht rumzickt Und ich den ersten Ballon treffe Ähm Ja Ich werde nachgucken Ob man was dafür kriegt Dass man hier unter einer Minute ist Das ist Eponas Lied Ein Lied zweier Seelen Dein Vertrauen ihre Bande sind Ja Trifst du die Ballons Dann zerplatzen sie einfach Und sind fort Aber echten Geister Kommen immer wieder Wenn sie in die Scheune gelangen Haben wir verloren Beim ersten Sonnenstrahl Machen sie sich aus dem Staub Wir müssen also bis zum Morgengrauen Gegen sie kämpfen Hast du es verstanden? Ha Okay Heute Nacht um zwei Ich werde warten Komm nicht zu spät Du wirst nachts aushelfen Du wirst nachts aushelfen Das wurde im Notizbuch vermerkt So Ich pausier mal kurz Und sage Falls euch die Folge gefallen hat Würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen Ebenso über ein Abo Falls ihr mich weiterverfolgen wollt Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's play The Legend of Zelda Mature Was macht's? Bis dahin Servus